Zum Einkaufen. Da aber ich steht vor dem Auto. Oh, aha. Geil! Döner! Döner, den ess ich doch so gerne. Ob es hier wirklich Döner gibt? Freunde, hab ich Kohldampf? Ganz recht. Hier gibt es köstlichen heißen Döner. Folgt mir! Hier geht's zum köstlichen heißen Döner. Und so geht's. Töner, der Döner, der wir hier lieben, Auf den Döneren? Wie ist es, sind wir. Wenn ihr hier seid. Döner. Sie trappen sich auf dem Ostermarkt und erhielten sich lautstark. Er sagte ihr, er könne gut jonglieren. Und zwischen schlechtem Damenschmuck und nach dem letzten Weißweinschluck wussten sie, es würde heut passieren. Sie spazierten zu ihr nach Hause. Er hat zwei Kinder, ihr Mann auf Reisen. What happens in Neubula? Stay in Neubula. Hier kannst du drauf scheißen. Im Löwen ist der SV Sülzamek übers Wochenende eingecheckt. Die Jungs, die lassen's richtig knallen. Sie trinken Pilze im Überfluss und feiern den Besonabschluss, bis sie um zehn in ihre Betten fallen. Am nächsten Morgen steigen sie in ihre Autos. Fahr nach Hause, heimlich, still und leise. What happens in Neubula? Stay in Neubula. Hier kannst du drauf scheißen. Efter Gastroku, die straining versetalkt. Die Jungs, der will gibst den Besonabschluss. Im Löwen ist der Entgleich bin. What happens in Neubulak? State in Neubulak What happens in Neubulak? State in Neubulak State in Neubulak Hier kannst du drauf scheißen What happens in Neubulak происходит? No way! What happens in Neubulak And what happens in Neubulak? penwulak